Da hat mich einer gesehen Hinter mir ist keiner Aber da muss noch irgendwo einer sein Da unten ist einer Boah, dieser Nebel, dieser Rauch Da, ich sehe ihn Ich laufe einfach mal weiter Mal gucken, ob es auch so geht Oh mein Gott Muss ich jetzt warten, bis der aufgeladen ist oder so So, jetzt ist der bei null Okay, nein, muss ich nicht Gut Du läufst wieder da rum Warte, bis ich dich kriege Dann Ich laufe einfach mal hier weiter War hier noch irgendwo was? Nein Gut Wetten, dass ich nicht mehr weiterkomme Ja Wo hätte ich hin Gemusst Wahrscheinlich Hier Die Auf der anderen Seite Die Treppe runter Ja Oh Weg hier Kehr mit deinen Patronen Sniper AK N Oh Cool Super Cool Au 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 Okay Das Okay Von wo Wird ich überall Abgeschossen Aha Now I know What I should do Sterben Wie immer Ich bin sogar zu scheiße dafür Zumindest Wir haben noch nicht mal was dabei Das ist scheiße Ich habe Kein Medipack Was soll ich denn jetzt machen Ich könnte eine Granate werfen Aber Was nützt das Erstmal Hallo So Ne Anziehen Wäre vielleicht besser Lauf Und verschanzt dich Und erst mal Die lage Sondieren Die frage ist Da oben War das der Ist jetzt die frage So Mal gucken Oh mein Gott Das war vielleicht Gar keine so Es war eine gute Idee Was gibt's denn hier Oh Und das Ding bitte Ausziehen Denn hier haben wir genügend Okay es ist sogar noch nicht mal Radioaktiv verseucht Boah Okay und es ist keine Sprengfalle Schön Dann gucken wir mal Was ist denn das Mit Bayonet Ja Und was hat das jetzt genützt So im Ganzen Und Großen Und so weiter Frage ich mich jetzt mal Ganz so dumm Vielleicht soll ich mein Nachtgerät Wieder anziehen Damit ich überhaupt Sehe Ach da muss ich raus Gut Und hier soll ich vielleicht Das kannst du auf Nicht Nachtschalten Hallo Geh doch Schrott So So Erstmal Nein E Okay Dann Gehen wir mal Mit Nachtsichtgerät Da dran Okay So sehen wir nichts Das hat Nichts gebracht Aber irgendjemand schießt noch auf mich Was natürlich Nicht besonders Klug ist Denn er wird sterben Oh Der hat mir die Packs fallen lassen Dann kriechen wir mal noch mal eine Runde Mal gucken was es hier noch so gibt Dahinter ist einer Wenn ich mich nicht Vertue Nein Dann habe ich mich vertan So dann können wir weiter gehen Weiter gehen So Was machen wir jetzt Die schießen auf alles was sich bewegt Wo muss ich hin Zu denen Zu denen die auf alles schießen Was sich bewegt Super Ja Ja Was Ja Das war's